Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Webseiten Media. In diesem Video zeige ich euch ganz kurz, wie ihr eine PDF-Datei in eine Word-Datei umwandeln könnt. Ihr geht dazu einfach auf Google und gebt PDF in Word ein und könnt hier im Prinzip jede beliebige Seite auswählen. Ich persönlich habe mich für die Seite islofpdf.com entschieden, da ich hier die beste Ausgabekalität habe, beziehungsweise die Kommentierung einfach am besten ist. Der Link dazu ist natürlich wieder in der Videobeschreibung. Wir gehen dann hier auf Select PDF File, wählen dann hier zum Beispiel diesen Flyer aus, den ich mir mal heruntergeladen habe, klicken auf Öffnen und dann auf Convert to Word. Dann wird die Datei hochgeladen, das kann je nach Größe der Datei ein bisschen dauern und danach wird sie konvertiert. Jetzt könnt ihr sie dann einfach herunterladen, indem ihr auf Download Word klickt. Ich habe das Ganze schon gemacht, deshalb zeige ich euch hier einfach mal das Ergebnis. Wir haben hier die Datei, die gerade konvertiert wurde und hier die Originaldatei. Und wie ihr seht, die Formatierungen und auch die Bilder, die Schriftarten, es ist eigentlich alles perfekt. Das Einzige, was ihr hier bedenken solltet, ist, dass eure Dateien auf eine fremde Seite hochgeladen werden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche vertraulichen Dokumente habt, solltet ihr die vielleicht nicht unbedingt auf die Webseite hochladen. Dazu braucht ihr dann ein Programm. Bezüglich des Programmes habe ich auch ein Video gemacht über das Programm PDF Element. Der Nachteil hierbei ist jedoch, dass das Programm kostenpflichtig ist und die Konvertierung wesentlich schlechter ist. Also dieser Flyer hier wurde bei dem kostenpflichtigen Programm beispielsweise deutlich schlechter konvertiert. Ja, falls ich euch helfen konnte, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.